jo freunde was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu wildlands nach langer zeit spiele ich das mal wieder ja das drogenkartel muss ja irgendwann mal auseinander genommen werden so wir befinden uns jetzt in dem bereich von el muro also ich glaube ja wir sind jetzt auf der spur nach el muro in dem bereich von malka so in dem bereich habe ich glaube ich eins schon gemacht oder ja eine mission hatte ich schon gemacht und dann schauen wir mal erreichen sie den veranstaltungs ort 500 ep gibt es nicht viel wir wissen dass als jedes konzert an einem ort namens umar marka stattfindet wir stoppen die show gehen rein und nehmen den laden auseinander baby wenn du das sagst dann machen wir das ja aber wie ich sehe sind hier unten noch gegner was ist das überhaupt was für ein scheiß laden wo das macht da war auf jeden fall auch mit ein dokument den ich sammeln möchte das mache ich jetzt auch das sieht aber echt fies aus jesus in armen von einem skelett alter schwede woher kommen her so ich habe mich in die luft gejagt egal scheiße sie dürfen nicht sehen wo ich bin wo der eine hat ja vermutet wo ich sein kann okay scheiß heli am start dann baller ich aber gleich weg da kommt er jetzt hier hoch der typ oder was ja komm lade nach so das war mal ein schrauber wo sind meine leute die steht immer noch darum meine leute ok wo seid ihr die ganze zeit man also das nachladen hat vorher mich richtig fertig gemacht jetzt schauen wir mal ganz schön gläubige menschen hier überall kerzen und kreuz und so weiter und das ist sowieso die krönung hier ok das dokument war ja oben klassenzimmer haha zeit am boden ok ihr macht das schon ne ich sammel so lange wer 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 sieht mich ok das war mal einer so dokument schnappen bitte und dann ist hier noch was ja nachschub 100 punkte 100 medikamenten punkte und in dem haus bin ich jetzt fertig jetzt müssen wir uns vorarbeiten da drüben gibt es noch gegner das ist halt weil ich nicht leise vorgegangen bin jetzt habe ich den salat übertrieben viele da drin war doch einer oder hallo hallo ok warum ist der eine von uns noch ganz oben ich weiß nicht ich glaube der hängt da irgendwo der hängt fest muss rein warte mal warte mal warum kommt der nicht her ich hab dich halt einfach durch bei mir sammeln ja der hing fest aber jetzt kommt er das hat aber gedauert ok ok von da kommt gleich einer scheißdreck ja ne das ist ein Zwillis auf keinen Fall schießen eine fiese Lache gehört natürlich immer dazu wow wo kommst du her wo 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 warte mal da drüben schießt doch einer oder nicht muss der nachladen das gibt's noch nicht was war das scheiß motorrad ey das blöde ist ich sehe nicht wo die sind ich muss die erstmal markieren unten bleiben ja genau unten bleiben da drüben ist noch einer einige scheiß auf die da geh ich jetzt nicht hin ok die schießen auf mich die KI ist aber auch blöd was macht der hier was macht der hey ok das Spiel backt heute hab ich eigentlich zum ersten Mal so ja ja Granada das kannst du in den Arsch schieben den Granada ok Leute da oben ist auch noch einer der wartet schon auf mich wo 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 jo doch keiner doch bist du hässliga hier ist doch keiner aber war nicht umsonst hier hoch zu laufen ganz schön viele Bilder hier an der an der Wand hopps das Ding wollte ich wegschießen jo ja 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 ich muss mal gucken wo die alle sind da kommt jetzt einer hergelaufen wo ist der hin hallo 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 da ist doch einer reingelaufen ok kann sein dass er jetzt gleich zu mir kommt ich glaube der kommt sogar hier hoch ja ne das ist einer von mir oh du hässliger man hast du mich erschreckt ok jetzt haben wir doch nicht markiert wo 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 bleib ruhig bleib ruhig so ich geh jetzt wieder runter das kotzt mich an da von da oben ich dachte mir ich mach den Einsatz mal schnell aber es dauert länger als gedacht und wir holen uns mal Hilfe von den Ticarius von unseren guten Rebellen meinte ich ja hab die Rebellen angerufen vor uns liegt die Location mal sehen was wir tun können damit El Chido dort nicht spielt vielleicht niederbrennen ok die Rebellen mischen jetzt mit auf wartet ok kommt mit wir müssen weitermachen vor uns liegt die Location halt oh ne Waffenkiste den hole ich mir die hole ich mir zuerst und dann machen wir weiter ja nenn hier ist ne Waffenkiste geil das kann ich gebrauchen äh leichtes Maschinengewehr Schiene oder Visier ok mit dem Maschinengewehr spiel ich gar nicht oder kämpfe ich gar nicht besser gesagt ja kämpft ihr mal was ist hier los überall hier aber hier irgendwo soll die auch gehen boah hast mich erschreckt hier mit dem Dokument die Dinger soll ich kaputt machen oder was alles sauber da wird einer sauber da wird einer sauber die Lautsprecher sind hin nichts für ungut aber die können sich jederzeit neue kaufen aber Alchido kann sich keine neuen Eier kaufen er hört von der Explosion und läuft mit angekniffenem Schwanz nach Hause ja das kann sein warum ging der Alarm nicht los oder doch Alarm war ja ne ne kamen aber nicht so viele Gegner hatte ich das Gefühl ok wir sind hier fertig ein paar Nebenmissionen gibt es hier das mache ich jetzt nicht ich gehe gleich zur nächsten Hauptstory da gehen wir hin obwohl warte mal den Hubschrauber nehme ich nicht hab umsonst Hubschrauber geholt da unten ist noch ein besserer wenn der noch da ist wenn der noch da ist ja mal mit dem können wir auch schießen mit den anderen kann man nicht schießen haha so los geht es 1,2 Kilometer wow guckt euch das an wir haben sie aufgescheucht ich glaube das ist ne Mine Steinmine oder sowas keine Ahnung ja hier wird es auf jeden Fall gearbeitet sieht aber geil aus oh 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 hast du viel nach unten geschaut he ok ich bin schon zu weit drin bist du eigentlich weiter weg yeah einmal aussteigen bitte ok Leute finden sie den Porno wollte ich schon sagen Promotruck ohne entdeckt zu werden oh ohne entdeckt zu werden ja darf ich die Leute auch erschießen ich muss mir erstmal einen Blick verschaffen erstmal einen Blick verschaffen und dann dann kann ich gucken wie ich angehe ok 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 ich wette mal da ist überall jemand drin das ist die Halle in der der Truck geparkt ist wo bleiben wir unten und klauen ihn bevor das Kartell merkt dass wir ihre Party sprengen ich sehe den Promotruck oh oh dass wir hingegen einen austauschen der bei der Ankunft explodiert Ziel ist es das Lager mit dem Werbematerial zu zerstören hier aus der Sicht bringen wir es hinter uns aber warte mal wie ich werde doch entdeckt wenn ich da jetzt rein laufe den Truck schnappe und wegfahre ich muss doch die Typen erstmal töten oder nicht ich sehe ein zweites Ziel was macht er da könnt ihr die killen ich hab das Ziel bereit ritter Angriff Ziel eliminiert ok da der muss auch weg der muss aber auch weg hier ok da ist noch ein Tango da sind noch mehrere Tango's also Tango Nummer 3 oh man ich dachte schon mal Alarm keiner was gehört und mitbekommen sehr schön hab ein drittes Ziel sehr schön oh da ist noch einer der muss schnell weg bevor er den Toten entdeckt und das macht oh 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 warte wenn er gleich da hinläuft der wird ja den Toten sehen so alles gut was was warum wurde wo du deine ach so weil der Typ jetzt die Leiche gesehen hat bevor ich ihn erschossen hab oh ok ok Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020